Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sind Mitarbeiter in der Marketingabteilung. Ihr Chef wird zu einer Veranstaltung mit hochrangigen Persönlichkeiten und Vorständen aus großen Unternehmen eingeladen. Ihr Chef wird krank und bittet Sie an seiner Stelle, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie sitzen beim Abendessen mit sozial höher gestellten Personen an einem Tisch. Zumindest glauben Sie das. Können Sie in dieser Situation im Kontakt mit vermeintlich sozial höher gestellten Personen angemessen und souverän auftreten? Wenn der Faktor Auftreten bei Ihnen gering ausgeprägt ist, werden Sie Angst haben, negativ aufzufallen oder gar anzuecken. Sie werden denken, dass Ihre... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017